Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir hier vom Handelsposten erhalten können und zwar haben wir das einmal drin im März 2024 und das ist ein Sonnenschirm-Toy. Jetzt gucke ich gleich mal, ich habe es eben schon gekauft, ah ja, da unten haben wir die gekauften Sachen und zwar feiner jadegrüner Sonnenschirm. Und die Grundversion von dem Toy haben wir schon mehrfach, vor allem in Shadowlands, bekommen. Ich kann euch gleich mal zeigen, was das Ding macht und zwar, wenn wir das uns gekauft haben für 200 von den Händler-Devisen, dann macht es folgendes, zieht für 15 Minuten einen schicken jadegrünen Sonnenschirm hervor, der es euch ermöglicht, bei eurem nächsten Fall gefahrlos herabzuschweben. Das können wir jetzt mal machen. Also wir haben jetzt hier den Sonnenschirm, seht ihr das? Und wenn ich jetzt irgendwo nach oben fliege und dann quasi das Mount wegdrücke, fliegen wir mal ein bisschen höher, das braucht immer ein bisschen, bis das auslöst. Also wir klicken das Mount weg, seht ihr, wir fallen ein bisschen und zack, der Sonnenschirm wird quasi aufgespannt und wir segeln jetzt runter. Wir können auch die Richtung bestimmen, ist ganz cool. Wir haben quasi so eine Art Goblin-Gleiter dabei. Das hält immer nur ein paar Sekunden, aber poppt dann sofort wieder auf, wenn ihr immer noch fallt. Seht ihr, ich fall runter. Ja, okay. Naja, es braucht anscheinend eine gewisse Distanz, dass es wieder aufpoppt, aber im Prinzip soll es nochmal aufgehen. Genau, soviel dazu, so sieht das Ding aus. Ist eigentlich eine nette Geschichte. Das Teil gibt es schon in verschiedenen anderen Varianten. Und zwar, wenn wir jetzt hier Schirm eingeben, seht ihr, haben wir jetzt insgesamt vier Stück. Und die sind, meine ich, alle aus Revendrest. Also hier Ventir, Revendrest und das hier ist auch aus Revendrest. Das sind so, ja, so schwarze Sonnenschirme, wie es die Mobs in Revendrest haben. Und damit könnt ihr eigentlich das komplett gleiche machen. Ihr seht auch, die Abklingzeit wird, wenn ihr den hier einsetzt, bei den anderen auch ausgelöst. Komischerweise hat der jetzt eine längere Abklingzeit als die anderen. Weiß ich jetzt zwar auch nicht, warum das so ist, weil da steht überall fünf Minuten dran. Aber Blizzard wird das schon richtig gemacht haben. Hust, hust. Naja, gut, soviel zu der Geschichte. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Toy. Und wie bei allen Sachen aus dem Handelsposten, wenn ihr es jetzt quasi im März 2024 verpasst habt, die Sachen kommen immer wieder rein. Also immer mal wieder checken. Ihr habt nämlich, wenn ihr im Handelsposten ganz nach unten scrollt, immer eine Rubrik von Zurückgekehrt. Also das sind Items, die schon mal drin waren. Und hier sind zum Beispiel aktuell auch Mounts drin, die schon mal in dem vorherigen Monat dabei waren. Gut, dann sind wir durch mit einem kleinen Guide-Video. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.